Wir sind heute am Reinigungstag in Wien und super spannend. IoT, Digitalisierung, Robotik, Connected Cleaning ist in aller Munde. Das Feedback von den Reinigungsdienstleistern ist wirklich großartig, genau der richtige Moment für das Thema. Und wir freuen uns gemeinsam mit einigen Partnern hier sein zu dürfen. Wir als führender Anbieter in der professionellen Reinigungstechnik können uns nicht verschließen, digitale Reinigungslösungen mit anzubieten. Mit unserem Produkt Star Trek können wir die professionelle Reinigungstechnik am Markt mit der Digitalisierung unterstützen und fördern. Wir sind bestrebt, diesen Markt weiterhin aktiv zu begleiten und versuchen auf diesem Weg ein gewisses Know-how mit auf den Weg zu transportieren. Digitalisierung hält in unserer Branche großen Einzug. Wir versuchen als Unternehmen unseren Mitarbeitern vor Ort diese Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Da hilft uns digitale Medien, die die Firma TourSense mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Das ganze Thema geht natürlich in Richtung Digitalisierung, Internet of Things, Industrie 4.0. Was wollen wir damit erreichen? Wir möchten die Servicequalität verbessern, wir möchten, dass neue Modelle für unsere Kunden möglich sind, einsatzorientierte, also einsatzorientierte Bezahlung von Maschinen, Mieten auf Pay-Per-Use-Basis. Greenbird ist ein Unternehmen, das sich mit der Digitalisierung von infrastrukturellen Facility Services im Gebäude beschäftigt. Wir verbinden IoT-Kompetenz, Facility Management-Kompetenz und Softwareentwicklung in fertige End-to-End-Lösungen, um den Gebäudebetrieb infrastrukturell betrachtet effizient zu steuern. Und das tun wir, indem wir Geräte orten, wir machen das mit der Firma TourSense gemeinsam und erkennen, wann, wo, welche Reinigungsmaschine, wie intensiv im Einsatz ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.